Jo Leute was geht? Willkommen zu Raft. Mit dabei die liebe Yasmin und ja viel Spaß mit den Highlights. Plastik, Plastik. Oh du hast es, sehr gut. Ja ja, ich hab's, ich hab's. Ich hab schon ein paar Plastik zusammen. Da kommen jetzt ein paar. Ich baue uns erstmal hier wieder ein Ding hin. Das baue ich? Ja. Wenn du nochmal ein Lager bauen kannst, dann baue mal ein Lager neben dem Dingens hier. Nee, ich brauche sechs Kunststoff und zwei Seile, aber Seile kann ich nicht bauen, habe ich gesehen. Ach man, immer so kurz. Ach, noch ne Box. Ich verhunger gleich, das ist das Problem. Warte, sag doch was. Ja, eine Melone bringt da glaube ich auch nicht so viel. Eine Ananas, ja besser als gar nichts vielleicht. Oh man, soll ich ein Grill? Anbaufläche, ich mach mal eine Anbaufläche. Ja, ich hab ein paar Samen glaube ich. Eine Kartoffel kannst du da auch reinpacken. Ja, Kartoffeln hab ich glaube ich nicht. Einfach mit E. Das unten in deine Leiste und dann da drauf. Ich will nicht. Hä, was war das denn? Alter, da war ein Wal. Was? Ja. Ja, ich hab die Flosse noch gesehen. Ich denk so, what, was war das? Hallo Nobu. Ey, bei dem Spiel ist es aber schwierig, einen Chat zu gucken, muss ich sagen. Vor allem jetzt noch mal umfangen. Ja. Mach den Bauern, damit kannst du das Floß vergrößern. Ja, das mach ich. Ihr könnt auch angeln und die Fische auf den Grill tun. Ah, wir können angeln, stimmt. Angeln? Ah, warte mal. Angel, angel, angel. Hier, angel. Acht Seile. Ich hab drei. Wie viele kannst du noch bauen? Dann geb ich dir noch ein paar. Vier. Vier. Also brauchst du noch eins. Wie viele brauchst du noch? Äh, einige. Drei, glaub ich. Mit Kuhl ist man vor allem, ne? Hier, guck mal. So. Jo. Ja, ich hab ne Angel. Sehr schön, dann angel mal ein bisschen für uns. Aber auch ne Scheiße. Ähm. So, was fehlt uns denn jetzt für ein Grill? Äh, warte, ich, äh, müssen auch die Rübe hier wässern immer. Scheiße, so muss ich echt immer, immer Salzwasser hier rein und braten. Also das Wasser reinigen. Ich guck mal eben. Einfacher Grill. Hab ich gebaut. Ja? Oh, nice. Ja. Komm, direkt daneben. Ah. Direkt daneben. Planken sind auch drauf. Jetzt haut den Fisch da rein. Höh. Ah, hol bitte die Kiste. Was? Wenn du noch Leben hast, dann hol die Kiste. Ja. Ich paddel auch zu dir. Oh, scheiße. Das ist so eine Spezialkiste. Hast du sie? Ich komm zu dir. Ja. Ja, 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 ja. Sehr gut. Boah, ich krieg auf jeden Fall das erste Essen. Ja, ne, gönn dir. Ich glaub, kannst du schon. Ne, ne, ist noch am Braten. Noch? Wie schlagen wir uns am Rally? Ich hab ne Kartoffel. Soll ich die? Äh, einpflanzen. Einpflanzen und bewässern. Okay, Antenne braucht man später für die Story und Empfänger. Äh, kann ich, die kann ich aber mit Salzwasser einfach bewässern. Ne, 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 frisches, frisches. Hier musst du nehmen, frisches. Okay. Ich mach schon. Ist drin. Okay. Ich hab wieder nachgefüllt. Gut. Und da kommt immer so ne Möwe, die musst du auch verscheuchen. Ja. Willst du den Hering noch essen oder kann ich? Äh, isst du ruhig, aber den nächsten brauche ich dann wieder. Ja. Äh, ich hau hier wieder ein... Oh, ne super Kiste. Wo? Ja, hier, ich hab schon, ich hab schon. Okay, perfekt. Äh, ich angle mal wieder ein bisschen, wa? Jaja, das ist wichtig. Und ich baue eine Kiste, da können wir dann auch Essen und so reinpacken. Ja, perfekt. Oh mein Gott, das macht so viel Spaß, Alter. Mega, ne? Gar nicht klar. Häftig. Ich hab das immer bei Gronkh und so, ähm, so einschlafen einfach so laufen lassen. Ja. Ähm, aber das ist ja richtig nice. Oh mein Gott, ich glaube, das könnte mich richtig hab ich catchen. Hier, hol dir die. Ja, ja, hol ich, hol ich, hol ich, hol ich, hol ich. Okay. Oh, einen alten Schuh, toll. Ja, da kann man auch was reinpflanzen, ne Blumen oder so. Ja? Wir haben, glaube ich, wir haben gleich unsere erste Möhre, ne Rübe. Yay. Ich baue dann jetzt gleich schon mal ein bisschen Fangnetze. Ja, das ist super. Dann, äh, ich angle mal weiter, bis die Angel hier gleich gut geht. Scheiße. Scheiße. Boah, mein Essen ist wieder halb voll. Das ist gut, meins nicht. Jetzt hab ich einen rohen Fisch gegessen, sag mal. Das ist nicht gut. Also, du kümmerst dich ums Essen, dann packe ich dir auch gleich Rüben und so rein, wenn ich was hab. Ja. Machst du dann auch die Ernte? Kann ich machen. Okay. Also, du kümmerst dich um alles, was auf dem Schiff los ist, dann kümmere ich mich darum, was um Schiff los ist, okay? Mhm. Gut. Weil ich find's immer schwierig, wenn du in die Kisten guckst und ins Inventar und so, dann zu gucken, was noch um dich herum passiert. Voll. Deswegen ist es gut, wenn wir das teilen. Ja. Das Ökosystem der Insel. Ich bin hier die typische Frau, weißt du? Genau, die Sammlerin. Richtig. Könntest du gleich zwischendurch die Sachen mal wieder befeuern, wenn du Planken hast? Ja. Ich will den Haiklmann. Geil, wenn der Haiklmann. Ich kann den nicht weghauen. Warum nicht? Er hat dich weggehauen. Oh Gott. Gehauen. Oh Gott. Grammatik läuft. Ich hab keine Planken mehr. Ja, ich hab grad eine. Alter, guck mal, da hinten ist ein Floß. Ja, da ist immer eine Kiste drauf, die braucht man. Scheiße, da kommen wir niemals hin. Oh, shit. Sorry, ich lass das. Ich paddel, du schwimmst hin. Ja, kann ich machen? Schwimm. Ja, jetzt schon? Ja. Okay, warte. Ich glaube, ich paddel schneller, als du schwimmst. Scheiße. Schwimmst recht neben dir. Okay. Ich hab's genommen. Ja, danke. Davon würde ich jetzt vom Haiklmann wissen. Hier ist irgendwie... Ah, der Forschungstisch. Scheiße, wir haben keinen Platz hier. Ich brauch mehr Planken. Ich habe leider keine Planken. Nein, meine Angel ist kaputt. Scheiße. Oh, ich brauch sechs Planken und noch sechs Seile. Fuck. Hä, hä? Wie geht das jetzt hier? Wofür brauchen wir diesen Forschungstisch? Ich hab den noch nie gesehen. Forschen. Ich hab Holz erforscht. Einen Nagel müssen wir erforschen. Können wir bitte wieder zu den Materialien rübersegeln? Hier ist gerade nichts. Das ist schlecht. Ein Seil. Ein Seil. Kleines Stroh. Oh, ein Bettchen. Nee, Brett. Ich dachte, Brett. Noch ein... Das müssen wir jetzt einmal machen, weil... Schraube hier. Mach mal eine Schraube. Kann ich nicht. Okay, ich glaub, das war's erst mal. Den Bolzen. Ich hab einen Bolzen im Inventar. Ah ja. Geil. Wieso? Liegt nichts auf dem Grill? Entschuldigung, weil ich hier gerade... Ich brauch Materialien für... Schau mal in die Kiste. Da haben wir sechs Sachen zum Essen. Aber wir müssen vorsorgen. Ja. Weib, wieso kochst du nicht? Genau, Lisa. Ey. Ja, okay. Was von Lisa kommt, da ist sie noch. Oh mein Gott. Was, was? Schau, was wir haben. Guck mal. Die Winkelkatze. Ja, wichtig. Wichtig und richtig. Ja. Können wir nur ohne Winkelkatze überleben. Ist so. Die wird uns jetzt Glück bringen. Das Überleben ist gesichert, sagt Nobu. Oh ja. Die Winkelkatze wird uns beschützen. Definitiv. Alter, also mit Essen läuft jetzt. Sehr gut. Alter, schau mal, was ich gefangen hab. Geil. Der passt nicht auf den Grill. Ne, dann pack den mal bei uns in die Kiste einfach. Da braucht man einen großen Grill. Ein roher Lachs. Man braucht ein großes Feuer, um dieses Ding zu kochen. Wie viele Planken hast du? Äh, warte. Wir haben jetzt vier in der Kiste. Okay. Boah, warum passiert mir das immer? Ist ja ein harter Überlebenskampf. Aber wir sind bisher noch nicht gestorben. Und ich denke, das ist schon mal sehr gut. Wir haben unser erstes Sammelnetz. Nice. Ist wichtig, weil wenn dir das abkaut, das tut weh. Deswegen muss man da direkt was drumrum bauen. Dann hingemacht. Warum machst du es nicht hier hin, da wo alles hinkt, wo alles kommt. Weil ich hier, also du kannst 32 Stück nebeneinander machen. Ich werde hier nach dahin und nach dahin jeweils 16 Stück machen. Boah, da kommt eine Rieseninsel. Nein. Unten sind Quallen, guck mal. Für die Kiste. Kriegst du nicht mehr. Yo, Quallis. Ich habe irgendwas gehört. Wird da nochmal rauf. Dann könnt ihr unter Wasser Schrott und so sammeln. Warum bist du richtig die andere Seite langgefahren? Da hätten wir auch ein bisschen was mitnehmen können. Immer hat sie was zu neckern. Ja, weil das nicht schlau war. Ich bin hier der Navigator. Okay, ich sage nichts. Ich sage schon nichts mehr. So, wenn du Seile brauchst, ich habe ein bisschen was auf Vorrat gemacht. Ja, in die Kiste gerne. Ja, ich brauche... Ey, du scheiß Vogel. Schmeißen mit Stein. So, da vorne können wir dann anlegen. Ich brauche zwei Planken. Äh, Sekunde. Ich muss mich jetzt ums Anlegen kümmern. Du als Navi. Schnauze, Nobu.